In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« sagt Carlos seiner Erzfeindin Katrin den Kampf an. Wir waren schon etwas verwundert, Rosa Lehmann, Johanna Schümer, wieder bei »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« zu sehen. Und genauso geht es Katrin, Ulrike Frank, als die Bankerin plötzlich wieder auf dem Kollekiez auftaucht. GZSZ – Rosa Lehmanns Bank steht vor dem Aus. Allerdings ist Katrin sehr gut darüber informiert, wie es ihrer alten Konkurrentin und der »Lehmann Bank« geht. Sie ist bestimmt im Krisenmodus, ist Katrin überzeugt. Denn aufgrund falscher Entscheidungen ist die Aktie des Kreditinstituts in freiem Fall. Tatsächlich ist die Lage so dramatisch, dass Rosa sogar die Titelseiten der Wirtschaftsmagazine ziert. Verkalkuliert, ist unter ihrem Konterfei zu lesen. Als sich die beiden Frauen schließlich im Mauerwerk begegnen, ist die Überraschung groß. Es muss doch eine Freude für sie sein, die Schlagzeilen über mich zu lesen, vermutet Rosa. Doch weit gefehlt, Katrin macht ihr deutlich, dass sich Frauen in Führungspositionen nicht auch noch gegenseitig zerfleischen müssten. Allerdings lässt sie auch keinen Zweifel daran, dass ihr die gemeinsame Vergangenheit noch immer präsent ist. Zufälligerweise belauscht Carlos, Patrick Fernandes, das Gespräch der beiden Frauen, und wittert in der angespannten Stimmung die Chance, eine Verbündete in seinem Kampf gegen Katrin zu finden. Denn er hat längst festgestellt, dass Katrin Informationen über ihn sammelt, seit er sich als WL-Geschäftsführer quasi aufgedrängt hat, wenn auch vergeblich. Carlos hat von einem Freund erfahren, dass Katrin einen Ermittler auf ihn angesetzt hat, um an belastendes Material zu kommen. Und offensichtlich hat Carlos ein Geheimnis. Niemand darf erfahren, was in Valencia passiert ist, lässt er seinen Kontaktmann wissen, bevor er zu einem Entschluss kommt, mögen die Spiele beginnen. Carlos nimmt sofort Kontakt zu Rosa auf, die unbedingt eine prestigeträchtige Investition braucht. Wie wäre es mit WL zu einem attraktiven Preis? Sie müssen nur ein paar Wochen warten, schlägt er ihr vor. Sie müssen mich nur zum CU machen. WL ist eine Goldgrube. Die Firma boomt gerade, und sie kriegen sie zum Dumpingpreis. Ihre Aktie stabilisiert sich, und sie behalten ihre Bank. GZSZ So reagiert Rosa auf Carlos' Angebot Spoiler 2 Rosa lehnt Carlos' Angebot zunächst ab. Carlos ist unzufrieden, zumal er befürchten muss, Rosa könnte Katrin warnen. Doch zu seiner Überraschung steht Rosa vor seiner Tür.